So, hallo, wir machen weiter bei Binding of Isaac Repentance. Wir sind in der Ultra Hard Challenge und die ist Holy Moly Ultra Hard. Wir bekommen keine Energie. Das haben wir schon mal festgestellt. Wir bekommen keine Energie von selbst, es droppen keine Herzen. Wir müssen uns anders drum kümmern. X-Ray Vision ist nice für Geheimraum-Geschichten. Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Der kann durchaus sehr viele gute Sachen bringen, der Geheimraum. Alleine schon Münzen und so. Also, ist jetzt halt fürs Kämpfen noch überhaupt kein brauchbares Item. Aber so von allen anderen Sachen her, keine verkehrte Geschichte. Wir hatten vorhin eigentlich einen guten Start. Da hatte ich fünf Herzen. Dann habe ich die leider alle beim Satanspiel geopfert, weil ich halt leider wieder neugierig war. Das war so ein bisschen mein Aua-Bodesurteil. So, und da haben wir schon unseren ersten Geheimraum. Na, wir sehen jetzt halt alle und die gehen auch auf von selbst. Das ist das Schöne. Ich muss nichts sprengen. Die gehen einfach auf. Und ich habe eine Bosskarte. Das ist auch schön. So, jetzt ist die Frage, was ist hier drin? Okay, Toot on Command. Boah. Yo. Drei Pillen. Let's go. Rain Chub is good. Das ist egal. Puberty ist nicht so schlimm. Und da ist auch schon der andere Geheimraum. Und da ist auch schon der Boss. Das ging doch mal ganz fix jetzt hier. Och. Ja, falsche Reihenfolge, ne? Der kommt zum Schluss. Aber ist okay. Ist auch ein schönes Item. Ich glaube aber hier drauf funktioniert der nicht, ne? Und oh, Leute. Hier wären jetzt sechs Herzen. Hier wären so zwei, zwei, drei mal zwei Herzen wären hier in der Reihe. Ja, auch die gibt's dann natürlich nicht. Ach, scheiße. Okay. Es ist halt so. Kann's nicht ändern. Es ist halt so. Aber dann verschwende ich zumindest keine Bomben, wenn ich... Oh, dann krieg ich auch keines, keines, keine, keine, keine Eternal Hearts, ne? Also krieg auch auf die Art und Weise keine HP Ups wahrscheinlich. Ach ja, überall wo ein Herz kommen würde, ist keins. HP ab, Rottenmieter. Okay. Ganz normales HP ab, weiter im Programm. Go Flys. Okay. Erstmal die Fliege da entfernen und dann geht's weiter. Ah, das ist jetzt nicht mein Ernst. Ah, der spawnt aber auch gerade richtig viele. Ich komm nicht hinterher. Ich komm einfach nicht hinterher. Also er spawnt, ich mach zwei kaputt, er spawnt drei. Gefühlt. Kollege, kannst du... Ja, aber wie soll ich denn da durchkommen? Wie soll ich denn da durchkommen? Ich komm nicht schnell genug hinterher. Ich muss aufsäglich hintern. Geil, scheiße. Oh, nee. Ja, ich bin erledigt. Hier soll... Was soll ich tun? First Eye. Das war's komplett. Damit freut ich mich. Ich gucke jetzt mal, was hier drin ist, aber... Ja, wir gucken mal rein, weil jetzt haben wir eh nichts mehr zu verlieren in der Runde. Ja, da wären blaue Herzen drin gewesen. Chillig. Ich hab's letztens Mom's Pearl genannt, das Ding. Es ist Cursed Eye. Mom's Pearl ist ein Twinket. Ich bin dumm. Oh, Midas Touch ist jetzt auch nicht so geil, aber wir warten mal noch den zweiten Raum ab. Wir warten mal noch den zweiten Raum ab und dann können wir gucken. Ich mein, Midas Touch ist insofern cool, dass man Geld halt schnell bekommt. Wobei, ja, stimmt eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ich mein, ich werd getroffen und das ist dumm. Na, ich will nicht getroffen werden. Aber wenn ich schon mal getroffen werde, dann komm ich zumindest Geld dafür. Ist dann vielleicht doch nicht so dumm. Ich hab nix gesagt. Die Butterbüro... Achso, das ist... Dieses Ding. Naja. Gucken wir mal. Mache ich damit auch Schaden oder kicke ich die nur weg? Ah, die lädt sich aber immer wieder auf. Okay, aber ich... Ah, dann... Ich glaube, ich kicke die damit nur weg. Kann das sein? Ich glaube, ich mache damit gar keinen Schaden. Ich glaube, ich kicke die einfach nur weg. Ja, wow, ich mach nicht mal die kaputt. Ja, dann hat sich das geklärt. Ah! Oh, aber... Okay, für die Fliegen kann man dann ganz cool mir das Touch benutzen. Aus den Fliegen kann man dann Geld machen. Das ist mir gar nicht bewusst gewesen. Coole Geschichte. Bitte mehr neutrale Fliegen für mich. Ja, die schickt hier einfach nur irgendwo hin. Da ist ja kompletter Schwachsinn. Naja, wobei, ich kann sie dann so ein bisschen organisieren. Sagen hier, du gehst da nach hinten. Du gehst da nach hinten. Du kommst mir nicht zu nahe. Ja, kann man mal benutzen. Keine Ahnung. Wir warten mal noch ab, was noch so kommt. Okay, cooler Raum. Da hab ich nichts gegen den. Aber ich mach keinen Schaden. Aber das wär jetzt tatsächlich bei dem Duke-Boss gerade, Duke-of-Lies-Boss gerade, wär das tatsächlich cool gewesen. Weil ich die einfach losgeworden wär. Ne? Also, das war grad echt scheiße. Du brauchst Raum. Oh, okay. Aber ich kann sowas machen. Das ist natürlich gar nicht so blöd. Das ist natürlich gar nicht so blöd. So, wir haben genug Bomben. Sehr schön. Ach, geh doch nach Hause. Was da jetzt alles Schönes hätte sein können. Nicht da ist. Was passiert eigentlich, wenn ich den Duke wegklicke, bevor... Ach so, das ist ein Loch geht mit. Sein Loch wandert einfach mit. Der macht ein Loch im Boden. Und wenn ich ihn wegklicke, wandert das Loch einfach mit weg. Das ist ja auch interessant. Aber manchmal mach ich doch auch Schaden. Ah, manchmal mach ich so nen Gift-Dings. Und ich glaub, der macht dann nochmal Schaden. Oder so. Ah, ja, die Rückseite macht Schaden. Ich verstehe, wenn ich von denen weg bin, das macht irgendwie den nochmal... Aua. Das macht dir nochmal Schaden. Jetzt hab ich Judas Touch nicht nutzen können, rechtzeitig. So, weg mit dir. Okay, cool. Ganz ehrlich, dann suche ich kurz den Shop auf. Hatten wir den schon irgendwo? An mich nicht erinnern. Ja, hatten wir. Und da gibt es auch ein 15er-Item. Komm, die Candle. Auch cool. Nehmen wir mit. Ah, kann der Boomerang den kaputt machen? Ohne Bombe? Kann er! Nice! Der Boomerang kann halt auch so Items holen, die weiter weg sind, so auf Lücken. Kann der hier auch die Krüge kaputt machen? Nein, schade. Für Krüge reicht's dann doch noch nicht. Geht's jetzt zum Boss. Äh, ich bin lost. Ne, hier ist völlig Quatsch, ne? Hier ist kompletter Quatsch. Hier ist kompletter... Ach, ja, ich bin... Ich bin... Ich muss beim Shop gerade runter. Das ist nicht beim Shop gerade runter gewesen, aber ist okay. Nu! Das war's komplett. Oh Gott, war das gerade dumm wieder mal. Yikes. Dann geht's hier runter und hier runter. Ja, hier sind wir zu Hause. Oh, war das gerade blöd. Jetzt hab ich ein Problem. Den haben wir dann jetzt. Okay, die zwei. Oh, die drei. Das wird jetzt nicht gut gehen, glaub ich. Ja, scheiße. Okay. Na gut. Das ist wieder so ein... Ja. Nein. Ich mag die Serial-Items nicht so. Das ist so wieder, wo ich mich nicht entscheiden kann. Okay. Da ich nicht weiß, wie viel Energie ich hab, wird das jetzt gleich schief gehen. Ich kann fliegen, ne? Ich kann stabil fliegen. Und ich hab doch drei Herzen am Anfang. Wenn ich das jetzt nehme, bin ich tot. Außer es ist ein Item, mit dem ich... Aber ich kann fliegen. Ich werd jetzt kein anderes Item nehmen. Aber jetzt hab ich wahrscheinlich nur noch ein halbes Herz. Jetzt dürfte ich nur noch ein halbes Herz haben. Aber ich kann fliegen. Fliegen ist halt super awesome. Jetzt müsste ich's nur behalten können. Oh, das ist der Quatsch. Ich will aber nicht mehr an Gegner ran, eigentlich. Wobei, die Fliegen vorhin auch da, die Fliegen beim Duke vorhin, die wären jetzt hier Geschichte mit dem Ding. Jetzt muss ich zumindest auch nicht auf die Spuren achten. Ja, Fliegen ist grundsätzlich schon eine coole Sache. Aber ich hab halt jetzt noch ein halbes Herz. Und das ist keine coole Sache. Und ich krieg's halt nicht aufgeladen. Und das ist noch weniger eine coole Sache. Da ist der andere Itemraum. Ähm, Leute, wo spreng ich denn jetzt, dass ich hier sicher bin? Kann ich von hier oben da runter sprengen und dann passiert mir nix? Ach, ich hätte gar nicht sprengen müssen. Ich hätt nur den Schalter runter. HP ab! Jetzt weiß ich nicht, ob der Ort Maschum mich auffüllt. Keine Ahnung. Aber HP ab ist auf jeden Fall sehr gut. Okay. Okay, wir haben zwei Schlüssel. Wir haben drei Schlüssel sogar. Wir werden uns also die Truhen einmal gönnen. Sehr schön. Sehr schön. Damage ab. Sehr schön. Oh, Leute. Das ist gerade ein recht guter Anfang, bis auf die Energie. Und da ist mein Boss. Bis auf die Energie ist das gerade ein recht netter Anfang. Ganz ehrlich so sagen. Jetzt ist halt die goldene Frage, wie viel Energie habe ich? Wie viel kann ich mir hier leisten zu verlieren? Ich meine, ich sollte mir gar... Scheiße. Ich bin gerade echt erstaunt, dass der mich nochmal treffen konnte. Das HP ab muss mich geheilt haben. Anders kann ich es mir gerade nicht erklären. Wir machen doch jeweils ein Herz Schaden. Also... Oh! Ja. Scheiße. Ah, das war echt ein guter Start. Ah, und dann musste ich es versauen. Wenn ich im Moment... Hier ist die Rainbow... Ah, der macht die verschiedenen Tränen. Ja, kann man mal machen. Das war echt ein wenig. Ich habe jetzt nicht so die Gelbe vom Ei. Okay, nichts zu holen. Nächster Itemraum. Erstmal Bomben holen. Jetzt habe ich wieder den Müll gemacht. Da denke ich immer nicht dran, dass ich dann die Dinger verändere. Aber es passt. Nichts passiert. Schiech. Taurose, ja, das ist auch wieder so ein Müll-Item einfach. Ach, scheiße. Aber jetzt bin ich halt auch noch langsam am Anfang immer erst. Ich habe es nicht geschafft, da oben mitzusprengen, na? Da ist doch schon der Kacke. Scheiß drauf. Das war es nicht wert. Ach, jetzt. Ja, kannst du bitte wieder gerade schießen? Mein Gott. Oh ne, hör auf jetzt. Der Effekt kann gerne wieder aufhören. Danke. Eigentlich will ich gar nicht weiterspielen mit den Items. Ganz ehrlich, weg damit. Das war ein Quatsch. Ne. Ich weiß gar nicht, warum ich in die Dinger reinlaufe. Das kann da eigentlich gar nichts sein, ne? Ja, cool. Yo. 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 Technology. Technology. Das jetzt mit Spektraltränen kombiniert, wäre awesome. Und natürlich mehr Damage. Und natürlich mehr Damage. So, komm. Mehr Damage. Ähm. Okay. Doppel-Technology. Interesting. Wird jetzt Counter nicht gefallen von den Geräuschen her. Aber interesting. Was sagen die Gegner da so dazu? Zu Doppel-Technology? Der Damage ist halt nicht so cool. Aber wenn der Damage noch cooler wird, das ist eine ganz interessante Geschichte, glaube ich. Jung, du bist ja da. Mach dich weg. Holy moly. Oh, tschüss. Komm, Damage. HP abnehme ich auch. HP abnehme ich auch sofort mit. Alles in Ordnung. Pin kriegen wir hin. Pin ist kein Problem. Sollte sogar ohne Damage funktionieren. Das hat mir meine Satan-Deal-Chance natürlich jetzt böse verhadelt. Aber ich kann's nicht ändern. Damage. Okay, wir müssen die Räume noch durchgehen. Ich glaube, die Räume dürften es nicht das große Problem sein. Sollte vielleicht, vielleicht sollte ich doch gehen, oder? Aber ich hab noch kein... Ich wollte eigentlich noch nur nach Schlüsseln gucken. Bin ich ganz ehrlich. Komm, Schlüssel. Schlüssel für die nächste Ebene. Ach, komm schon. Ja, so verkehrt ist die Kombination jetzt nett. Und hier hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Technology 1 und 2 einfach bekommt. What the hell? Okay. Dass ich getroffen wurde, ist nicht so cool. Kann's aber leider nicht mehr ändern. War ich hier schon drin? Nein, war ich nicht. Jetzt hab ich drei Schlüssel, jetzt geh ich. Scheiße. Oh Gott, war das ein doofer Raum gerade wieder. Ah, aua. Aber drei Schlüssel sind erstmal okay. Ich muss halt böse aufpassen, dass ich nicht... Neee. Neee. Ich hab nur noch ein halbes Herz. Die gehen auch nicht kaputt. Oh Gott, da kommen zwei neue Raum. Oh boy. Nein. Scheiße. Scheiße. Das war's mit Technology 1 und 2. EHD ist natürlich auch cool. Wenn man jetzt halt Pillen hätte... Das ist nochmal cool. Oh Gott, wir hatten... Wir hatten... Aha, Mann. Technology hätte gerade echt guter One werden können. Leider wieder zu viele Fehlentscheidungen. getroffen. Meinen wir ist durchaus klar, dass da noch viel mehr dazu gehört, als nur Technology. Hier ist durchaus klar, dass das... Es ist halt ultra hart. Also wahrscheinlich werde ich es eher nicht schaffen. Aber... 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 Keine Ahnung. Wir werden sehen. Solche Räume nerven. Brutal, wenn man von allen Seiten angeschossen wird. Und die einfach drei Jahre brauchen, bis wir mal kaputt gehen. Mein Gott. Da ist der Shop aber kein anderer Item. Ich weiß nicht, was ich wollte. Ich halte mal nicht so dumm da rum. Nein. Naja. So viel dazu. Da kriegt man schon eine Pille und dann ist es eine dumme Pille. Frech. Einfach nur frech. Wo ist da ein Dreitem Raum? Geht's auf jeden Fall noch weiter. Geht's auf jeden Fall noch weiter. Okay. Oh okay! Ist jetzt die... Nicht die beste Ebene für den goldenen Schlüssel! Aber ich nehme ihn natürlich gerne mit. oba ja 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 tschüss das war es dann an der stelle für ihn da ist ein reit im raum muss ich den raum überstehen das wird nicht so einfach weil die ganz schön fix unterwegs sind glück sind die fliegen auf meiner seite ich trinke kurz was so wir werden leider nicht erfahren was in diesem itemraum gewesen wäre schade meine r-taste ist auch so kannst mich langsam mal oh interesting als der bomben rauskommen ja jetzt habe ich kein bett der pilz mehr ach so stopp wir gucken hier noch rein yo 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 shop shop wir gehen shoppen wenn wir bis zum shop überleben sollten das ist erstmal müssen wir bis zum shop überleben ja erstmal müssen wir bis zum shop überleben aber dann gehen wir sowas von shoppen ich hoffe es so sehr dass sie die black candle nicht einfach rausgenommen haben bei der challenge das wäre so böse itemraum shoppen her und sind auch schon wieder so ein ding ich fange hier an dann gehe ich rum dann freue ich mich eine runde genauso nicht shop und item raum und einen raum den ich problemlos schaffen kann sehr gut man ist gleich pau ja gut mani ist gleich wieder weg mani ist leider gleich wieder weg muss ich dich enttäuschen spiel mani ist leider erst mal weg für eine item okay wir werden rausfinden was der char ist denn ich weiß es nicht so aber damit haben wir alles gesehen wenn wir zum boss gehen der match ab jede münze ist ein der mensch natürlich nicht verkehrt gar keine frage will ich gar nicht sagen dass es verkehrt ist oder so ist schon nicht verkehrt ist schon okay kann man schon machen blüssel haben wir auch schon mal einen für die nächste ebene ich geht sie nicht weiter rum geht es hier nicht weiter rum da ist ein stein zum sprengen jeder wäre wahrscheinlich blauer herzen gewesen naja man bleibt ja immer nur in der mitte oder die segelt ja auch irgendwann los ja so viel dazu doch macht er die kacke immer dreimal nein also viel zum char übrigens ich dachte der hilft mir wenn ich tot bin wie setze ich den denn ein ich habe nicht verstanden wie man den einsetzt wahrscheinlich hätte ich irgendwie einsetzen können ja das war doof das war doof wir haben lauter interessantes stars aber ich versau sie alle es ist sehr ärgerlich also wir haben durchaus echt potenzielle staats die den guten wann deuten könnten aber wie gesagt ich versau sie leider und das ist nicht gut aber ich glaube auch das schwerste bei dem mann ist so dass wenn ich noch einmal trifft kann ich eh nicht mehr raus ich wollte gerade das schwerste bei dem mann ist wahrscheinlich der start ich hätte ich hätte hier springen sollen weiß warum realisiere ich sowas immer zu spät ach es ist doch zu kotzen hört halt auf die ganze zeit irgendwelche kacke zu spornen ich komme nicht hinterher wie soll ich euch angreifen wenn ihr die ganze zeit spinnen macht man hör auf jetzt jung jung ich hasse dich dich hasse ich auch kiste dich hasse ich auch ja ich muss ja so rein es hilft ja nichts oh wow da kann man eigentlich auch aufhören da kann man ja mal aufhören nee erst erst mal hier gucken was hier noch so kommt toll da wären blaue herzen drin gewesen okay das ist in ordnung dann sehen wir auf der ebene schon mal die geheimräume vielleicht falls wir nicht vorher sterben sollten ich wollte gerade sagen der wird mit noch ins gesicht gesprengt ne eisteig viel blödes so jetzt kann ich die andere kiste öffnen yo da hat sich wohl ein flug ausgelöst ich bin jedenfalls nicht in dem raum mit der kiste gelandet das ist ja nicht so gut jetzt hä hä wo ist der raum mit der kiste war der dann vorhin falsch dass der da oben aufgetaucht ist oder bin ich jetzt komplett dämlich ich habe gar nichts mehr hä war denn nicht da oben hä yo jetzt wird es kritisch ich habe ein bisschen vermeiden auch in ordnung jetzt habe ich kein dings mehr für die kleine kiste ja das ich habe nachgedacht richtig nachgedacht da ist der geheime raum das ist doch schon mal was wenn ich jetzt nicht sterben sollte dann können wir den auch sehen ja da gönne ich mir doch mal und sage herzlichen dank doch komm hat einfach kein einziger von denen irgendwas getroppt das ist frech was wie ich habe einfach schon komplett wieder meine ganze energie verhauen obwohl ich gerade den regenbogenhaufen kaputt gemacht habe ja das ist doch dumm wirst du wissen meinetwegen soll ich mir den anderen item raum der war da drüben nein ich komme nicht ran ich hasse alles auch eine bombe mir eine bombe bitte eine bombe ja das andere item raum dann ist hier wahrscheinlich auch der post irgendwo auf jeden fall der shop beide item räume auf einem haufen wobei buddy okay das cute baby ja ne ich glaube es sind zwei familias und wenn man drei familias hat hat man doch auch so eine transformation wenn wir mal in die richtung gehen soll ich mir anders vorgestellt ich muss mal was testen kann ich damit die krüge kaputt machen nein ich damit die krüge kaputt machen nein das ist interessant ok 15er item ist am start ich meine ich warte noch die items beim boss ab dann können wir gucken ob er weiterspielen will oder nicht ist immer das gleiche alles andere haben wir jetzt ja gesehen alles andere haben wir jetzt ja gesehen dann halt nicht wenn du mir nichts brauchbares geben willst lass es halt bleiben dann halt nicht wenn du mir nichts brauchbares geben willst lass es halt bleiben wow du willst mir auch nichts geben raum ist in ordnung passe dich auch ach geh wieder weg da war wieder nichts drin oh je also eigentlich könnte ich schon wieder aufhören weil das ist schon wieder nichts gutes bisher ich wollte es wird auch mit jedem waren schlechter merkslein das wird mit jedem waren schlechter was ich hier treibe oh je sei fly mitnehmen ok da kommen wir auch ran ok wait ist das was ich denke damit kann ich mir dings generieren na hp ups das darf ich aber jetzt nicht einsetzen weil in der zwischenzeit sterbe ich ja ziemlich sicher aber es war irgendwo eine batterie gerade eigentlich jo ich könnte mit dem item so gut hp ups bekommen wenn ich hier war hier irgendwo eine batterie zu ne scheiße scheiße ok wenn ich es jetzt einsetze ist halt das eternal hart gleich wieder weg das ist das problem also muss ich warten also muss ich leider warten entweder bis ich noch eine batterie finde da könnte mir der shop bei helfen wenn ich so fünf münzen zusammen bekomme oder bis wir halt der ebene fertig sind weil ich klar könnte ich jetzt wenn ich jetzt ne ihr seht jetzt ich werde gerade nicht getroffen und dann könnte man auch sagen ja dann hättest du auch einfach die sechsten dinge wieder neu aufladen können aber ihr wisst genau was in der zwischenzeit passiert wenn ich das mache dann werde ich sicher getroffen also kann ich es nicht machen das ist mir zu riskant lieber ein sicheres eternal hart lieber ein sicheres eternal hart als gar keins aber da war ich schon ja nur zwei münzen ist jetzt halt nicht so nice ich werde versuchen an die drei münzen ranzukommen ich bin mir nicht sicher ob das hinhaut wenn ich hier die bombe setze reiße ich dann die beiden anderen bomben mit oder eher nicht so fürchte ich verschwende die jetzt nein ich hab sie nicht verschwenden karte oh die wenn ich wenn ich die ich muss die in der mitte explodieren die explodieren eh in der mittel jo wheel of fortune ist jetzt allerdings nicht was was ich aktuell einsetzen möchte shop das ist die große frage haben wir da eine batterie für uns oder eher nicht so wir haben eine batterie für fünf münzen wenn ich noch eine münze kriegen würde irgendwoher scheiße noch eine münze kriegen würde könnte ich vorher oh oh nice das ist jetzt natürlich sehr gut muss ich nur ne hör auf jetzt getroffen zu werden ich raste aus so dass die doch jetzt wohl nicht von den Viechern hier kaputt machen so jetzt kommt hier bitte münzen aus aus den aus den häufchen jawohl sehr sehr gut sehr sehr gut bitte mehr stuff mehr stuff nice 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 very nice probieren mich auch mal zu sprengen eh schade werden halt blaue steine wahrscheinlich gewinnen ne ne ich hasse das oh gott dieser verfluchte fluch damit habe ich überhaupt nicht gerechnet dass jetzt woanders wieder rauskomme wo muss ich jetzt hin hier runter oder ja oh gott alter so da ist mein herz zwei münzen noch dann kann ich das 15er item kaufen alter das war gerade wieder hier ne die drei bomben man weiß halt nicht was drin ist muss es probieren ich muss es probieren nachher ist es ein geiles item und ich ärgere mich wie sau dass ich es nicht genommen habe ne das ist so das ding ich krieg die drei bomben zurück ja gut ok dann probieren wir noch eine sache das ist eine stabile geschichte gewesen gut sehr schön dann schauen wir mal dass wir jetzt hier durchkommen wir haben mit unserem eternal mit unserer eternal karte haben wir eine gute geschichte wenn wir was schaffen wenn wir was finden womit wir uns gut und schnell aufladen oh gott ich habe hier gleich ein problem ah ne viel zu viel shit hier am go und auf mehr zu spawnen bitte dauern ewig bis sie kaputt gehen hör bitte auf damit nein hör bitte auf damit krieg hier probleme ja bitte fliege mach du das mal fliege go fliege go fliege go langsam los nee nee nicht in mich na auf will das nicht nein du sollst es lassen ja hör auf jetzt die scheiße dazu ups alter zwei stück oder was du du schaffst schaffst du nicht ich schaffst du nicht ich komme nicht durch schaffst du nicht auf jetzt nein geh weg jetzt hat er noch einige mani ach die eternal card wäre eine coole Sache gewesen ich glaube da kann ich fliegen mit einen raum lang oder so ist es das also an sich nicht das geilste item aber je nachdem was das andere item ist können wir mal gucken damit könnte ich dann zumindest für ein halbes herz in den stachel auch hier das andere item brauchen yo das ist gar nicht so verkehrt ach Geh. Wenn mich da einsthaft jetzt getroffen hat, ne? Rittischer Moment. So, jetzt ist Ruhe. Es gibt jetzt einen Meat Cube, ne? Ich bin mir sicher. Ich glaube, ja. Yo! Das war die langsamste Träne der Welt und sie hat mich getroffen. Äh, ich war auch keine Träne. Bin dumm. Ah, ne, das ist dieses Ding. Ah, es ist genau andersrum. Der Kopf ist jetzt einfach extra. Aber ich kann den Kopf auch gar nicht steuern, ne? Ich kann nur den Körper jetzt steuern. Okay. Meinerwegen. Dafür macht er scheinbar ein bisschen mehr Damage. Also für Bosse kann man das einsetzen. Damage und Range Up, das ist dieses Ding. Ach. Eigentlich brauche ich nicht weiter gucken. Aber eigentlich brauche ich auch nicht weiter in die nächste Ebene. Ich habe noch nicht mal einen Schlüssel. Ich versuche lieber hier noch einen Schlüssel zu bekommen. Wenn ich draufgehe, gehe ich drauf. Dann ist es so. Ne? Ich wollte gerade noch sagen, eigentlich wollte ich es doch nur sprengen, wenn ich Schlüssel habe und ich spreng es trotzdem wieder. Oh Gott, ich weiß einfach noch nicht, wie man diese Runde spielen sollte. Das ist ein Challenge, meine ich. Ich weiß nur, so wie ich sie spiele, ist sie nicht so klug. Das weiß ich. So viel habe ich mitbekommen. Ich habe ein Problem, ich habe ein Problem, ich habe ein Problem. Kein Problem mehr. Nice. Jetzt erst mal an die Kiste. Das war gar nicht so doof. Der Raum ist nicht gut für mich, der Raum ist nicht gut für mich. Ich bin tot. Ich bin nicht tot. Ich bin doch, ich bin nicht so ungekündigt. Kann man nach so einer Geschichte noch leben? Ey, ist das unfassbar. Noch ein Schlüssel für später. Komm, noch ein Schlüssel für später. Komm schon, ich brauche irgendwas. So wie es jetzt ist, es ist kompletter Müll. Wenn ich im Shop einen Schlüssel kaufen muss. Aber am schlimmsten ist die Sache mit der Energie. Na, das war die Energie. da ist der Shop. Am schlimmsten ist die Sache mit der Energie, dass man die nicht wieder zurückbekommt. Das ist sehr kritisch. Das ist sehr, sehr kritisch. Oh, es gibt sogar ein Item für sieben. Ja, da muss ich zuschlagen. Mom's Bracelet. Was kannst du? Ich muss hier, ist das so ein, einfach so ein Kraftanband, dass ich Sachen hochheben kann, wie bei Zelda? Ist es sowas? Das ist nett. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Keine Ahnung, ist vielleicht ein neues Item. Ich gehe davon aus, es ist wie Zelda, so ich kann Sachen hochheben. So sieht es halt aus. Es sieht aus wie ein Kraftanband. Äh. Ja. Okay, dann kann ich es dann werfen. Hä? Äh? Ich lasse es fallen einfach. Okay. Und ich verliere nicht mal. Also ich kann alle hochheben und passiert nichts. mit Bomben soll ich das wahrscheinlich nicht machen, mit Bomben-Dingern. Ah, interessant. Okay. Kann ich dann Kisten? Aber wenn die jetzt, wenn da jetzt Spinnen rauskommen, bin ich ja nicht tot. Okay, ich kann schnell genug weg. Ja, cool, dann muss ich mal ganz kurz hier, äh, jetzt Dinge tun. Ihr verzeiht mir das. Kann ich ja noch schnell Glück weg, wenn wir die Dinge explodieren würden. Okay, ja, 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 haben wir noch mehr, wir hatten noch mehr Gefäße irgendwo, ne? Ah, hier kann ich, ha, so kann ich an die Dinge rankommen. Ich muss auf den Stein hier aufpassen, da habe ich ein bisschen Angst jetzt vor dem Stein da. Haben wir hier Gefäße? Ja. Das ist ein cooles Item. Ist das neu? Ich habe es jetzt in den anderen Items nicht gesehen. Scheinbar ist es neu. Ach, wo gucke ich denn hin? Oh shit. Ähm. Kann ich jetzt auch auf den Gegner was werfen? Like, irgendwie, keine Ahnung, so. Yo! Ähm. Ich habe so gedacht, ich bin tot, ne? Oh mein Gott. Ich habe mich einfach im Grab gesehen. Aber wenn ich es, als ich es jetzt geworfen habe, hat es das Ding aufgehoben. Ah, das heißt, okay, wenn ich es werfe, dann wird es aufgebraucht. Wenn ich es ablege wieder, dann ist es cool. Müll. Ja, okay, interessant. Nützt mir leider nichts, weil ich jetzt halt trotzdem nicht das, was ich habe für den nächsten Raum, was ich habe. ist es halt schon wieder zu viele Möglichkeiten für Geheimraum. Und ich meine, der Geheimraum ist nicht mal so geil. was soll da großartig drin sein, ja, Müll. Was noch ein Topf? Ja, ich wollte halt noch einen Schlüssel. War im Shop jetzt ein Schlüssel? Ich habe gar nicht hingeguckt. Ich bin doch wieder am Schlüssel in den Shop. War im Shop jetzt ein Shop? Wo war denn der? Aber das ist so schlimm ohne Karte, ne? War der hier? Hier war der. Kein Schlüssel. Okay. Dann hoffen wir halt, dass es mit dem halben Herzen irgendwie funktioniert. Sehe ich zwar irgendwie nicht so, aber ich kann halt nichts anderes tun. Aber in jedem Fall ein interessantes Item, muss man mal wieder sagen. Ja, ich glaube, in dem Raum werde ich jetzt dann auch drauf gehen. Nichts, wo ich mich verstecken kann und ich werde nicht im Ausweichen sein. Mark my words. Und da ist noch ein unsichtbarer Dabar. Konnte dem doch fast nicht ausweichen. Okay, die ersten haben sich verabschiedet. Nee, die haben sich aufgeteilt. Das ist nicht gut. Das wollte ich nicht. Okay, jetzt hat er. Kann erst mal der sich noch verziehen, bitte. Der Kleine da, dass der schon mal weg ist. Das wäre schon mal eine erleichter. Okay, sehr schön. Jetzt der, jetzt der unsichtbarer. Ja, nice, nice, nice. Hast du noch? Ich halte dich wieder in zwei große auf, äh, zwei kleine. Junge. Ich kann mir die Löcher, wenn man von den Löchern nicht wegkommt, ist das auch mal so kritisch. Bleib weg von mir. Alter, wie viel hält der aus? Du bist doch nicht mehr gesund. So viel zu tanken ist nicht gesund, mein Freund. Danke, dass du ein Einsehen hattest. Oh Gott. Juhu, johohoho. Okay, ich sehe coole Steine. Ich muss mir erst mal hier überstehen, die ganze Kacke hier. Okay. 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 Nice. Small Rocks, sehr gut. Inzwischen durch mal einsammeln, ist auf jeden Fall nicht verkehrt gewesen. Aber das ist cool, das Item, weil das halt auch, da kommst du auch super an die ganzen blauen Steine ran, ne? Ich meine, hat man ja gerade gesehen, muss ich nicht kommentieren. Sehr, sehr nice. Das Ding. Cooles Item. Auf jeden Fall cool, das kennengelernt zu haben. Wir werden zwar gleich sterben, aber cooles Item. Okay. Es könnte halt, yo, ich kann die auch hochheben, ne? Aber ich weiß jetzt nicht, oh Gott, wenn der jetzt giftig ist, kann ich schnell genug weg oder nicht? Ich muss es ausprobieren. Muss es lernen. Two of Spades, verdoppelt mir die Schlüssel. Soll ich es weiter probieren? Oh Leute, ich muss es probieren. Es tut mir leid, ich muss es austesten. Wenn wir es jetzt nicht lernen, lernen wir es nie. Ich muss gucken. Okay, ich komme nicht schnell genug weg. Gut. Ich muss es testen. Es tut mir leid. Jetzt weiß ich es, dass es nicht geht. Vielleicht, wenn ich mehr Speedup gehabt hätte. Vielleicht mit mehr Speedup. Interessantes Item, was wir kennengelernt haben. Das war leider auch schon alles. Danke fürs Zuschauen. Wie viele Parts machen wir dieses Ding noch? Ich weiß es nicht. Das war jetzt der dritte, ne? Aber ihr habt ja letztens gesagt, ihr guckt auch gerne die Challenges und wenn ich damit länger brauche, dann brauche ich halt länger. Ich schätze, das geht in Ordnung. Keine Ahnung. Also ich glaube, zwei werde ich noch aufnehmen. Zwei mindestens noch und dann gucken wir mal, was ihr so sagt. Danke fürs Zuschauen und tschüss.